ARD Text im Auftrag von Funk Da kommt ein Panzer an Das ist ein türkischer Panzer Wird es B? Die haben wir ja So, wo muss die Bombe hin? Auf 1, ja Was für eine Bombe Intendiert Search and Destroy Search and Destroy, Bombe fällt Junge, die Nuke wurde gerade gezündet Ey, kommt noch ein bisschen los Wo ist denn hell? Lol, wie sie sich hier prügeln Hahahaha Kommt jemand mit in den Bomber? Der mal hier den Rücken deckt Ah, ich muss zur Kampf-Area zurück Ich will auf deinen Namen klicken, geht aber nicht Uh, null Punkte Nee, dein Name ist auch ausgegraut Nicht rausklicken, einfach nur drüber fahren Mit der Maus Ja, der Name ist ausgegraut Jetztse Mit drinne Du kannst noch F3 drücken, dann schiebst du vorne F3 Ja, dann schiebst du vorne Wuhu Mach's nicht Platz Wo sitzt sie? Jaaaa Heiß gelaufen Dann wechseln Dann wechseln die Wand, dann wechseln die Seite vielleicht Dann hinten oder so Aaaaah 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 Ich nehm mal B1 Aaaaah Komm wir machen das nochmal, nochmal den Bomber nehmen Hehehehe Lief auf jeden Fall gut Ich könnte wieder Diffel gebrauchen Geht jetzt noch Au, okay, ich bin tot Wir sind zurück Wollt Wollen wir mal rüber zur F gehen Marco? Ähm, Jakob Aaaaah Mal ankommen Bist du tot? D D D D D D Los auf D Ich habe Repaired Schade Ich stehe bei F und kann euch ein bisschen Ich habe ihm gerade einen minimalen Schaden gemacht Bei diesem Panzer Ich muss erstmal schnell auf den Zug gehen Ich muss erstmal schnell auf den Zug gehen Ah ja, bei dem Bei dem Alter, ich bin so pack auf den Schaden gespawnt Das Ding ist mir locker Aaaaah 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 Nee, das gibt's nicht Oh yeah Ich habe ein Auto Ich suche das bei D Oh, HW-Mods hit Ganze 99 Damage Das war ja fast gar nichts Wuhu Wer auf die Typen da gerade gelegt hat Ich hätte ja durchgezielt Ja, ne? Ähh Das neue Need for Speed Bist du? Du bist aber nicht bei mir drinnen, ne? Nee, ich bin im Auto Ich selber fahren Aaaaah Wuhuhuhu Fahren wir auf die Schienen Mal gucken, ob das was hilft Was? Ach, das f*** ich doch Was? Ich weiß zu 100% Warum ich je jedem Spiel fahre, Mann Was? Ich weiß zu 100% Warum ich je jedem Spiel fahre Was? Ich weiß zu 100% Warum ich je jedem Spiel fahre Ui Ich weiß zu 100% Warum ich je jedem Spiel fahre Nehmanns eingefahren Oh, der C ist ein Panzer Wo ist denn... Wo ist denn jetzt die hier? Der schmule Zug Der ist gerade bei D Wobei gerollt Geht schon wieder Richtung A No life Das Spiel gewinnen wir Ich denke, die Personalkampf hat es Stimmt doch Boah Bin ich im Gegner-Team gelandet? Jaaaaah Fährt auf der rechten Seite KANONE FÜNF KANONE FÜNF KANONE FÜNF Ach du Kacke Los, mach mal alle in ein Boot Oh mein Gott Jawoll Was war das denn? Ich hab'n Pferd Ich hab'n Pferd Ich hab'n Pferd WUHU Fuck Witzig meine Bajone Vergess das Da ist noch einer Oh Jetzt bin ich tot Boah Irgendwo auf'n Berg Immer noch Was für'n Berg Ich hab'n schon gehittert 80 Oh 20 Oh Haha Paul RIP Paul Das ist gespawnt worden Toll Nice Das ist doch witzlos Henry, der Spawn-Camper Ach so Ich bin grad aus der Wüste her gejumpt, man Oh Atombombe Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Nein Nein Oh, da sitzt echt noch einer drinnen WUH Geh drauf Oh mein Gott Haha Nein, ich hatte es doch fast Boah Ich hab' gerade mal ein paar Fracks gemacht Ich fühl mich auf einmal ganz geil Boah Ach du Scheiße Alle 3F auf'n Berg Kämpfen da oben im Zoo Boah, schnell aus der Sonne, Mann Ich hab' mich nicht eingecremt Boah Ich hab' mich nicht eingecremt Geht down! Nein, ihr geht nicht down! Boah, da hat mich jemand mit'n Kühlschloss Oh Gott Panzer Sehr gut, nehm' ich Panzer Ich begrüße sie Panzer Ich begrüße sie Panzer Ich begrüße sie Das zieht im Haus Da kommt fast auf sie zu, ne? Ah, sogar zieht jeden Plane-Ficker Oh! Jawoll! Ach Gott Das war ja'n Easy-Frag, Mann Die Nebenfliege auch nicht so wie man's erwartet Nur noch zwei Äh! Huh! Wo war'n Mann? Filmbewegen in welchem Spot? Neu Wie hat's grad'n Panzer meinen da abweg genommen? Wo ist das? Der Panzer hat grad'n meine Bude eingerissen Ich kann euch aus äh Oh, ich hab' zwei Fracks gemacht Oh mein Gott Hört doch auf mein Haus einzureißen Ja, noch mehr Gas Gas, überall Gas Na, wie? Ich glaub's grad Könnt da Euch sehr viele Kills holen Ne, was ist denn da, wenn das geht? Ohohohoho Ich hab' grad'n weggespringen Oh! Hammer, Clamer, irgendwas Ich kann mich nicht bewegen Ey, Multi-Kill Ohohoho Jawoll Weg mit ihm Ich hab'n fucking Horst aufm Boden Horst? Ja, Horst Ja, wir haben zwei im Flugzeug, Gemeinschaft Ja, ja, ich... Das ist nur noch nicht so ganz einfach Loll, jetzt scharzt's die ganze Zeit Ich hab' noch 7 HP, der Spritzer Du fliehst scheiße Fipp gar nicht Ich kann dich zielen F-ing Pferd F-ing Pferd Ah, fuck, alter Dom Was machst du? Mama Mama, ich will nicht sterben Oh, scheiße Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Hä? Was war denn das? Oh mein Gott, warum? Oh mein Gott Wuh publish Der Fisch als Pilot, Junge Was ist das denn? Ohohohoho Was ist das jetzt? Ohohohoho Hier ist glaube ich noch jemand hier Wo ist das denn? Also C ist richtig los, bei C und D... Kann ich gerne mal rausziehen? Vielleicht haben wir ja Glück, wenn wir kriegen mal einen Panzerzug, wenn wir jetzt so weit zu fliegen. Alter, du hast uns noch da gestanden, als wärst du blöd eingefroren. Unwahrscheinlich. Hinter uns? Ah, nein! Ah! Oh mein Gott, ja, 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 ja. Nein, er sitzt schon drin. Noch Platz frei, sogar zwei noch. Hier haben wir die Angst mehr geworfen. Oh! Ich hab Pasha getötet. Hallo, meine Freunde, hier spricht Pasha Biceps von Virtus. Guten Morgen, meine Freunde. Wir haben einige Demos vor, meine Freunde. Surprise uns, meine Freunde. Wir haben alle Demos, meine Freunde. Wir wissen, wer wir gegen spielen, meine Freunde. Meine Freunde, meine Freunde. Das ist eine wahre Geschichte, meine Freunde. Oh, der Zug kommt. Was ist denn das für ein NG? NG 15 LR. Hier steht er. Oh mein Gott, Alter. Ich bin einfach ein Gott. Cool. Da ist wirklich ein Scope, an dem er gerade vorbeigefahren ist. Könnt man Richtung A fahren? Auf jeden Fall das Zeug ein, ne? Fahr mal nicht so schnell. Fahr mal nicht so schnell. Da sind jede Menge Gegner. Mohammed Gamer, der Name. Boah, mit der Gamer. Sind wo, sind wo, sind wo, sind. Ach geil, der hat bitte einfach mal alles eingenommen. Okay, hier ganz. Der ist halt so ein übelster Gamechanger, wenn er den richtig einsetzt, der Zug. Ja, ich denke mal, wir hatten aber... Ich weiß nicht, wie lange der Zug jetzt da ist. Ich hab ihn nicht gekriegt. Das sieht am Anfang... Ach, das ist doch nicht mehr witzig, Mann. Ach, der hat noch die... Ja, aber jetzt bin ich mit der Panther. Alter! Diese Hauptstraße bei C, Leute. Da bin ich jetzt. Alter, das ist doch nicht mehr witzig, die hält der aus. Alter, das gibt's doch nicht. Alter, das gibt's doch nicht. Ey, wieso treff ich den nicht? Okay, ab, einen. Der steht oben jetzt, ey. Ne, da unten ist einer, warte! Er ist weg! Ne, lass mich doch bitte weg! Jawoll, bitteschön. Gib bei das Schiff. Äh, gib... Nein, nein, nein. Boah! Hä? Ich dachte, man kann das gut überspringen, dann hat er automatisch einen Fallschirm. Jawoll, hab ihn. Wuh! Okay, ähm. Okay, das ist... Okay. Ich werde wahrscheinlich gleich als allererstes erstmal abstürzen. Aber mir ist die Steuerung reversed. Ja. Ich muss mich so bestellen. Äh. 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 Sinnvolles, was du hier betreibst. Tschüss. Haha. Ach du... Okay. Bist du an der Wand festgepackt, sag mal? Ja. Boah, flug zum... Hallo, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Also, ich werde auf jeden Fall nicht fliegen, bevor ich die Steuerung nicht erstmal irgendwann umgestellt hab. Nee, bitte nicht. Ah, da ist noch einer an der Decke. Kannst du mal ganz kurz aus dem Auto aussteigen, damit ich das bohren kann? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein! Wo kommt die denn? Das dauert hinter ihm plötzlich an. Nein! Na Schippe, ist das sein Ernst? So, jetzt ist die Frage. Doch, ich bin bei euch noch drinnen. Juhu. Da war im Punktestand, hat's nie beibehalten. Nein, was ist denn das? Ja. 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 Ja.